Willkommen zurück auf dem Kanal. Heute auf eine Winterwanderung zum Sondraten bei Bad Hölz. Ihr seht schon den Ausblick, Südseite, Sonne pur. Bis gleich auf dem Weg. Hier sieht man die Seite Richtung Blomberg und Brauneck. Hier liegt noch relativ viel Schnee, aber wenn man hier rüber schwenkt, der Sonnentraten ist deswegen bekannt, auch als Winterwanderweg oder vor allem im Herbst, weil hier die Sonnenseite ist. Heißt wahrscheinlich auch nicht umsonst so. Ja, hier ist man definitiv nicht alleine, aber das ist ein schöner Weg und die Aussicht ist auch toll. Ja, hier ist ein schöner Weg. 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 Hier ist ein schöner Weg. Ja, hier ist ein schöner Weg. Ja, hier ist ein schöner Weg. Ja, hier ist ein schöner Weg. Hier sieht man schon das Ziel fast. gleich da. Bye. Das Gipfelkreuz. Das Gipfelkreuz. Das Gipfelkreuz. Das Gipfelkreuz. Danke, dass ihr dabei wart. Hat richtig Spaß gemacht. Empfehle ich euch auch, hier mal herzukommen, vor allem bei einem sonnigen Tag. Das Gipfelkreuz. 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 Das Gipfelkreuz.